Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei dem Wald, voller eingeborener, hosenlosen Einwohner, die hier so rum schlawinern in ihrem Dörflein. Und was haben wir denn hier? Koffers. Und wir waren... Ich glaube, wenn wir von dieser Insel entkommen wollen, brauchen wir uns einfach noch so einen Tisch stellen und warten. War das ein Trampolineffekt oder was war das gerade? Abgefahren. Naja. Auf jeden Fall sind wir hier noch zu Gange im Dorf. Was macht der denn da? So. Neuer Kopf ist im Inventar. Falls wir jemandem eine Kopfnuss geben müssen. Die armen Säue hier mit den ganzen... Wer reist eigentlich mit 12 Millionen Tennisbällen durch die Welt? Und stürzt dann ab? Warum nimmt man Tennisbälle mit? Das macht überhaupt keinen Sinn. Uh, Stick. Uh, Stick. Uh, Stick. Uh, Stock in der Hand. Brrrr. So, probieren wir mal kurz unsere Fackel aus. Ja, Licht macht sie immer noch nicht, aber sie brennt. Dann nehmen wir unsere Axt mal in die Hand. Ist das jetzt eigentlich immer noch Nacht? Das sieht aus wie Sonnenstrahlen, dass die Sonne aufgeht. Also kann es eigentlich nicht Nacht sein. Geschlafen haben wir auch gerade. Komm, wir können hier mitten an Land dein Hausboot platzieren. Das brauchen wir aber nicht. Ähm. Segelboot auch nicht. Aber das mit dem Hausboot probieren wir. Ich glaube, oh Gott, 125. Der Brunner 6. 15 Seile. Wie viel haben wir denn? Für ein kleines Reichs? Na, auch noch nicht. Okay. Es wird hell hier draußen. Ha, guck mal. Da geht die neue Lichtleine auf. Ja. Na gut. Das ist also die Höhle. Ich mag da nicht rein. Der Stein blinkt so abgefahren. Aber, was soll's. Ähm. Hallo? Ist das jetzt der in Ernst? Ich mach hier so'n Aufstand. Jetzt lass mich in diese scheiß Höhle rein. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hasse euch. Ah. Toll. Ich verspreche euch was von wegen Höhlen forschen. Und dann können wir schweben. Ja, fucking Jesus. Ah. Du bist schuld. Toll. Hm. Toll. Toll, toll, toll. Super. Super. Das ist einfach grandios. Okay. Da hinten haben wir unsere Hauptbasis. Nee. Da hinten. Wir haben fünf Behausungen. Verdammte Scheiße. Wie sollen wir uns hier direkt finden? Na gut. Toll. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja echt ein bisschen ärgerlich gerade. Wir gehen jetzt einfach mal da runter an den See. Oder Teich. Was auch immer das sei. Ja, das gehört noch zu dem Dorf da oben. Der Kamerad liegt hier immer noch. Hallo. Hoch. Oh, jetzt haben wir zehn Sticks. Ach, mit dem einen, den wir in der Hand haben wahrscheinlich. Ja. So, hier haben wir den traurigen kleinen Tümpel. Mit Speer drin. Hm. Nur gut, nur gut. Ist ja eigentlich auch echt schön hier. Naja. Da oben ist wieder das Flugzeug. Frack. Absturzding. Irgendwie laufen wir auch immer an dieselben Orte. Wir gehen jetzt einfach mal darüber. rüber. Ach, jetzt macht er hier auch noch schlapp. Naja, wenn man an der Wand laufen kann. Dann kann man auch schon mal außer Atem kommen. So. Da wären wir. Jenseits des Flusses, der die Insel teilt. Hallo. Ist hier jemand? Uhu. Ich sprinte hier auch über die Insel. Uh. Eingeborenen Dorf. Zumindest stehen da zwei Häuschen rum. Da pilchen wir uns doch mal an. Das sind die S-Bahn. Blauen kann man essen. Die anderen sind giftig. Ah, sehr schön. Noch mehr. Na toll. Pack doch nicht die Axt weg, wenn wir so dicht an so einem gefährlichen Ort sind. Du Vollpfosten. Dreck gibt wieder die Panikmache, Mucke los. Hi, du. Da ist der Knipser wieder. Das hier ist wohl das... Ja, genau hier. Wie ist das Wort, welches ich suche? Äh, Paparazzi-Dorf. Ich würde mir auch gerne so ein Örtchen umbauen. So, für mich so, aber... Mir ist einfach die Akustik in diesem Ort hier... Geht mir auf den Sack. Um es vorsichtig auszudrücken. Das ist eine Äste. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier hinten so finden. Ist ja irgendwie ein Flusstümpel-Gedöns. Hm. Wo können die denn den Jimmy hin verschleppt haben? Hoch. Geht hier aber auch hoch. Und wieder runter. Hier waren wir, glaube ich, bisher noch gar nicht. Also... Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon hier wart, aber... Sieht interessant aus. Wir sind hungry. Wir müssen etwas, was zu essen finden. Schönes Strandstückchen. Strandstückchen. Oh, ein paar Blätter. Ich will da aber lang. Boah, du bist so doof, Spiel. Gut, dann laufen wir jetzt mal hier einfach wieder zurück. Und schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche interessanten Sachen finden. Höhlen, Boote, Ufos. Jimmy vielleicht. Jimmy, wo bist du? Uh, 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 Jimmy! Zeig dich! Komm endlich raus! Ist bestimmt am Ende, wenn wir hier durch sind, ist er irgendwie König der nackten Hosenlosen. Und wir sind 80 oder sowas. Haben wir uns hier irgendwie so ein Hochhaus gebaut. Mit 45 Stockwerken. Und solche Geschichten. Tipp, 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 tipp. Ist wirklich... ...öde. Hier ist einfach mal gar nichts. Uh, Baumsturm. Keine Eingeborenen, keine Ausgeborenen, keine Ausgestoßenen, keine Mutanten. Keine Schlümpfe zu fü- Uh, Haie! Böser Hai! Rotes Holz. Hm. Gucken wir einfach weiter, was es hier noch so gibt. So, der hat die Büsche nicht richtig geladen. Das sah alles ein bisschen merkwürdig geradeaus. Jetzt sagen wir, wir gehen einfach mal hier unten lang weiter. Und das ist gerade echt so ein kleiner Explorer. Am Anfang der Explorer. Backpack, Map, Backpack. Nur haben wir weder einen Rucksack noch eine Karte. Stein zum Reinkriechen. Schön. Kleine, süße Insel. Offenweise grün zurück und wir sehen nichts. Klippchen. Ups. Das war ein Schritt zu weit. Das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können. So. Hier noch. Ist alles Stein-Klippe. Huch, was haben wir denn hier? Einen kleinen Landstrich. Stück, aber mehr auch nicht. Es tut mir echt leid, dass hier nichts los ist. Und wir vor allen Dingen nicht in die Höhle da reingekommen sind, wo ich unbedingt rein wollte. So. Oh, Dorf. Zählt er dir jetzt eigentlich überhaupt noch? Wahrscheinlich können wir gar nicht so viele Seile tragen. Liegt da ein totes Wildschwein oder sowas? Sind hier überhaupt welche? Ach, das ist... Sind wir wieder hier. Da, wo wir eigentlich in die Höhle wollten. Ach. Ist doch doof. Laufen wir mal weiter. Oh, Pilze. Laufen wir hier einfach mal weiter an der Klippe lang. Muss doch irgendwo mal was Interessantes zu finden sein. Können wir hier die Insel lang tümpeln und dann ist nichts los. Wir haben ja nicht mal Eingeborene gesehen oder sowas. Die Po-Freiträger, die... Ich bin aber auch noch nicht in so einen Haufen getreten von denen. Die müssen ja auch irgendwo Häufchen machen. Na du? Nein! Na ja, auch egal. Jock, 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 jock. Ja, und wir haben einen furchtbaren Hunger, wie ich sehe. Hatten wir doch mal angehalten eben bei uns. In der kleinen Zuflucht. Huch, Baum. Ja. Ja, das war jetzt unnötige Spannungsmusik zu einer völlig unspannenden Situation. Denn hier ist einfach mal nichts Naja, da vorne ist unser Heim, wie es aussieht Wenigstens etwas So, heiliger Baum ist auch abgehauen Mir aus, haut doch alle ab Echt So, nagel da jetzt noch den Kopf dran Und, ah, da ist er ja Gut Und nun Sind wir wieder hier In unserem wunderschönen Heim Klacka, 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 klacka So, wir haben ja direkt einen Strandzugang hier bei uns zu Hause Und Ich würde sagen, wir Platzieren uns jetzt einfach mal so ein Taffybötchen Ja, so Ins Wasser so halb versenkt das Ding So Dann holen wir uns mal die Baumstämme, die wir verbrauchen Aber vorher Kämpfen wir uns hier hoch Und kochen uns irgendwas zu essen Because we can't move Ordentlich Ich nehme ja auch noch da schön Einen Ersatz Ex-Line liegen Welches wir uns gleich Aneignen Und schauen kurz mal in den Wald Uh, Besuch Welch Ehre Na, nimm die Axt Nimm die Axt jetzt Wir haben keine Zeit Wir haben Besuch Du kacke Witter Stress mich nicht Eat Eat it Hey, haut nicht wieder ab Irgendwie hat sich Huch Doch noch mehr als gedacht Geht weg Ich hab Feuer gemacht Ich dachte es sind nur zwei Und nicht 200 Fuck Na du Da guckst du blöd, ne Die Frauen sind irgendwie zur Zeit texturlos oder so Huch Mumu Hm Habe ich keine Lust mehr Hey Hey, der nutzt eine Frau wird Ist ja wie in einer Steinzeit hier Erst am Kopf schlagen Und dann wegschleppen Dann liegen lassen Und abhauen Sehr gut Ah Jetzt wo sie tot ist Hat sie auch ein Aussehen Ist ein bisschen spät Gut Das ist ein Kampf Echt So Wo ist die in seinen Kopf hin Gib mir dein Gib mir dein Kopf doch her Blätter Arm und Bein Arm und Bein Arm und Bein Arm und Bein Aber I need your brain Need your brain Na komm her Wow Zum Glück nur geschubst Nichts Ernstes So Da liegt die Sau Nimm mir halt deinen Kopf dafür Deswegen ist es noch nicht abgehauen Nein Nicht deine Stinke Und den Kopf Das ist doch fast das Leiche So War mal eine schwere Geburt Jetzt hier So Bein können wir wegpacken Und eine Haut Haben wir sogar noch Haben wir doch noch ein bisschen Action in der Folge gehabt Nachdem das mit der Höhle nicht geklappt hat Haben wir wenigstens noch ein bisschen besucht bekommen Und unser Großes Fiji haben wir noch fertig bekommen Sehr schön Na gut Nun denn Würde ich sagen Sehen wir uns Morgen wieder Zur selben Zeit Am selben Ort Und dann Basteln wir mal da unten An unserem Floß rum Und gucken ob das Ding auch schwimmen kann Also Wünsche ich euch noch einen schönen Abend Tschüss Und dann